15 auf 5 und das ist die Schlussrunde hier an Tag 2 bei uns am Forum Digitalisierung praktisch gestalten. Das Thema ziemlich spannend und absolut relevant. Wie müssen sich Unternehmer und Unternehmerinnen weiterentwickeln, um zukunftsfähig zu bleiben? Und dieses Thema besprechen wir. Klaus, du lachst. Ich bin gespannt, was du gleich zu sagen hast oder was du im Kopf fasst. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Klaus Tessmann, Heiko Fischer und Bilal Tarek. Bevor wir einsteigen, wollt ihr euch nochmal ganz kurz vorstellen. Bilal, am besten du fängst nochmal an. Kurz vergessen, dass ich kein Mikro da habe. Bilal Tarek ist mein Name. Erstmal danke für die Einladung hier auch auf die Stage. Ich habe mich vorhin ja schon mal kurz vorgestellt, nochmal zu meiner Person. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von der ANXA Robotics GmbH. Wir sind ein Startup aus München, das autonome Reinigungsmaschinen baut, die unter anderem auch in dieser Branche zum Einsatz kommen. Und genau, bin jetzt seit fünf Jahren in der Position und habe da die Geschäftsführung beziehungsweise auch auf der funktionalen Ebene den Vertrieb. Bilal, schön, dass du da bist. Heiko? Hallo, mein Name ist Heiko Fischer. Ich bin von der GNF Verlags und Beratungs GmbH. Bin dort Geschäftsführer. Wir betreiben die Plattform 100% digital. Hier geht es darum, Handwerksunternehmen bei deren Digitalisierung zu begleiten und an die Hand zu nehmen und sie in neue Stufen und Welten zu führen. Und gern noch Klaus, warum hast du eben so gelacht? Das verrate ich dir nicht. Aber wer ich bin, also ich bin, eigentlich bin ich eine Hebamme, wenn du es so willst. Ja, also ich bin Coach, das heißt also ich unterstütze Handwerksbetriebe, Handwerksunternehmerinnen, Unternehmer, dabei das Unternehmen weiterzuentwickeln. Das Digitalisierungsbaby auf die Welt zu bringen. In verschiedenen Bereichen. Einmal Digitalisierungsbaby oder auch ein Team, das stark ist und das funktioniert. Also ich habe so meine Bereiche, in denen ich tätig bin. Erstmal schön, dass ihr da seid. Und die erste Frage wäre, welche konkreten digitalen Technologien sollten Unternehmer, Galabauer, aus eurer Sicht und Erfahrung vorrangig in ihre Betriebe integrieren? Was sollte das sein? Wer auch immer anfangen möchte. Ich kann gerne anfangen, weil die Frage kann man so nicht beantworten. Jedes Unternehmen ist individuell, hat unterschiedliche Größen, hat unterschiedliche Anforderungen. Ich sage mal, jedes Unternehmen ist seine eigene Biosphäre in jeglicher Hinsicht und das betrifft auch die Digitalisierung. Ich sage mal, wenn ich jetzt eine pauschale Antwort geben sollte, zum Beispiel, würde ich aus meiner Denke sagen, von der Anfrage bis zur Rechnung alles digital, zum Beispiel. Ich kann aber auch genau so sagen, die Gärtner, die draußen sind, sollen ihre Aufträge mit dem Tablet verfolgen und auch umsetzen. So, dass das Tablet natürlich auch mit dem Büro verbunden ist und dort Informationen einlaufen, dass es automatisch läuft und funktioniert. Also von dem her gesehen, ja, ich sage, es muss zum Unternehmen passen. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Digitalisierung muss immer einen Vorteil dem Unternehmen und den Mitarbeitern bieten und deswegen, wie gesagt, nicht pauschal, kann man das nicht beantworten. Also Heiko, ich würde hier widersprechen und ich bin jetzt einfach mal so frech. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Technologie gibt, die jedes Handwerksunternehmen zuerst einführen und einsetzen muss. Und das ist aber nicht unbedingt eine Software, wie man sie so kennt, sondern es ist einfach eine Technik. Und diese Technik ist, ich muss mir erstmal Gedanken machen darüber, wer bin ich eigentlich, wo stehe ich als Betrieb, was brauche ich, wo sind meine Schmerzen. Und dafür brauche ich eine Methode. Weil dann kann ich nämlich überlegen, welche Software hilft mir weiter, so wie der Heiko das gesagt hat. Das war nicht die Frage. Aber das ist wichtig. Und deswegen, ich muss das, also man braucht, man muss sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie finde ich die richtigen Softwarelösungen und Softwarewerkzeuge. Und das funktioniert nicht, wenn ich keinen guten Plan habe und wenn ich nicht Werkzeuge habe und Technologie, um mir so einen Plan auch zu erstellen. Und das ist wichtig am Anfang. Also der Plan kommt vor allem anderen. Das als grundlegende Technik. Bilal, was würdest du ergänzen? Ich könnte jetzt auch noch was dazu sagen, aber vielleicht einfach noch so ein bisschen den Zukunftsblick. Also was ich jetzt, ich meine, wir sind ein Robotikunternehmen, wir kommen, glaube ich, aus einem ganz anderen Bereich. Aber was ich als Zukunftsblick sehe und das sehe ich auch, wenn ich hier über die Messe laufe, wenn ich auch mit ganz vielen Groß- oder Kleinen rede, dass in irgendeiner Form die Daten schon so das Reißerisch formuliert, das Gold der Zukunft sind. Also sei es jetzt auf Arbeitsprozesse bezogen, sei es auf Ergebnisse bezogen, sei es auf viele verschiedene Dinge, sei es auf interne Prozesse bezogen. Ich glaube, dass wenn man weiß, was eigentlich im Betrieb so passiert, sei es draußen bei der täglichen Arbeit oder im Büro, dann können in der Zukunft Prozesse vereinfacht werden, als ganz abstrakt formuliert. Also ein Thema, was ich heute mitgenommen habe, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das haben wir mal oft und mehrfach heute besprochen, hatten auch einen eigenen Vortrag dazu. Deswegen die Frage jetzt an euch, wie können Unternehmen ihre Lieferketten nachhaltiger gestalten und gleichzeitig die digitale Transformation vorantreiben? Also Lieferketten nachhaltig zu gestalten, bedeutet in erster Linie mal zu wissen, was ist überhaupt in meinem Lager. Wenn ich nicht weiß, was in meinem Lager ist, dann fährt mein Monteur achtmal in der Gegend rum und weil er wieder einen Teil vergessen hat, dass er dann wieder vom Großhändler holen muss. Dann ruft er aber vorher nicht mehr beim Großhändler an, fährt zum Großhändler, dann hat der Großhändler es nicht da, dann fährt er wieder zurück oder zum nächsten Großhändler. Also da beginnt für mich der Gedanke der nachhaltigen Lieferkette. Also natürlich kann ich mir Gedanken darüber machen, ich muss mit nachhaltigen Lieferanten zusammenarbeiten, die möglicherweise regional produzieren. Das ist aber kein Thema von der Digitalisierung, sondern das, wo ich mit digitalen Werkzeugen in meinem Betrieb ganz konkret im Alltag ansetzen kann, ist ein digitales Lagermanagement, so dass ich weiß, wann gehen meine Teile, meine Rohre, was auch immer, meine Werkzeuge, meine Schrauben, wann geht das aus, wann ist es zu Ende und dann kann ich es rechtzeitig nachbestellen und dann müssen meine Monteure nicht hin und her fahren. Würde ich auch auf jeden Fall komplett unterstützen für uns in dem Fall. Wir sind ja auch ein erzeugendes Gewerbe, ist auf jeden Fall aber auch, dass wir schauen, natürlich ist für uns die Versuchung immer sehr groß, Teile aus China oder irgendwo anders herzubeziehen, wo sie vielleicht sogar preisgünstiger auf den ersten Blick zu haben sind, aber wir merken das für uns auf jeden Fall und ich muss die Frage jetzt natürlich aus Herstellerbesicht beantworten, weil ich sie nicht als anderen Betrieb beantworten kann, aber für uns gilt, dass wir sehen, der günstigere Preis, den man auf den ersten Blick hat, ist nicht immer der günstigere Preis, weil die Nähe zu Lieferanten, die kurzen Wege, der enge Kontakt, den wir jetzt zum Beispiel mit unseren Lieferanten, die alle in Europa sitzen, haben, die sparen uns langfristig deutlich Kosten, weil wir dann, wenn wir Fehler in der Produktion haben, wenn wir Probleme haben bei den Lieferketten, dann sind die Wege kurz, dann ist es zeitlich nicht so schlimm und Fehler können schneller behoben werden und das ist es für uns, da ist der Euro im ersten Moment, wirkt dann schlechter investiert, wenn man sagt, okay, wir holen uns Lieferanten aus Europa, aber langfristig merken wir, ist das die deutlich klügere Entscheidung. Ja, wir haben ja gemerkt, was in Corona passiert ist, wo die gesamten internationalen Lieferketten zusammengebrochen sind, was dem deutschen Markt extrem geschadet hat, deswegen müssen wir uns nicht nur mittel- bis langfristig, sondern kurzfristig Gedanken darüber machen, wie kann man wieder regionale Lieferketten auch aufbauen und da hat das Handwerk natürlich eine wichtige Rolle in dem Zusammenhang. Aber ich sage mal, es ist ein Aspekt, aber ein anderer Aspekt ist ja, ich kann nicht alles regional machen und ich muss überregional oder weltweit meine Produkte beziehen und dann geht es ja darum, wenn wir dann über Nachhaltigkeit sprechen, wie sind dort die Arbeitsbedingungen, wie sind die Umweltbedingungen, passen diese Produkte eigentlich bei uns in unserer Welt und das ist ja auch ein Aspekt vom Lieferkettengesetz. Lass uns mal bei der Nachhaltigkeit bleiben und mal die Brücke zur KI schlagen, war ja auch heute mehrfach Thema. Welche Rolle könnten eures Erachtens künstliche Intelligenz hier spielen und speziell eben bei der Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle helfen? Ich glaube, aus unserer Sicht ist, wenn wir jetzt mal das konkrete Beispiel ChatGPT zum Beispiel nehmen, also wir in unserem Betrieb setzen ChatGPT tatsächlich schon relativ stark ein und eigentlich alle Mitarbeitende, egal ob jetzt in der Entwicklung oder in den internen Operations, alle haben eigentlich Zugriff auf ChatGPT und einfach aus dem Grund, dass wir merken, dass sich die Art der Arbeit, besonders wenn man es in einem Bürojob zu tun hat, so ein bisschen dahingehend entwickelt, dass ChatGPT zu benutzen auch ein Skill ist, den man erlernen muss und zwar, dass man sich gewisse Dinge ersparen kann, indem man gute Fragen stellt. So ein bisschen wie man sagt, als Google ein Thema wurde, musste man sich plötzlich überlegen, wie google ich gut? Und so muss man sich das mit ChatGPT, um dieses Tool wirklich auszunutzen, muss man sich überlegen, wie benutze ich es wirklich sinnvoll? Und dann kommen meistens auch ganz gute Ansätze bei raus und konkret auf diese Frage bezogen. Ich glaube, dass wenn man den Umgang mit solchen Technologien erlernt, man sehr schnell Einsparpotenziale erkennt oder bessere Geschäftsmodelle macht. Und gleichzeitig gibt es aber auch weg von diesen Tools wie ChatGPT, gibt es ja auch schon im großen Stil Ansätze, ich muss jetzt keine Werbung für ein Unternehmen machen, aber es gibt Unternehmen, die zum Beispiel Betriebsprozesse analysieren, basierend auf KI-Daten oder mittels KI analysieren, um zu sagen, wo sind zum Beispiel in Lieferketten irgendwie Fehler oder große Konzerne, die Rechnungen doppelt bezahlen und dadurch Millionen Verluste haben im Jahr. Das ist einer der großen Probleme und die können sehr schnell mit solchen KI-Tools erkannt werden und da spart man sich dann zum einen Geld und zum anderen ist es natürlich auch viel nachhaltiger zu sagen, man zahlt in der Rechnung nicht doppelt. Vorausschauende Wartung ist, glaube ich, ein ganz passendes, wichtiges Thema hier. Also wir haben heute schon in Werkzeugen, in Maschinen, haben wir intelligente Technologien eingebaut, Sensoren eingebaut, die Temperaturen messen, Reibung und diese ganzen Dinge und die dann im Vorfeld anzeigen, wann ist für dieses Gerät eine Wartung notwendig. Und das spart natürlich auch wieder Energie und Zeit. Die Geräte kommen genau dann in die Wartung, wenn es eben Zeit ist, das Gerät in die Wartung zu bringen, nicht davor und nicht danach. Das spart Wege, Zeit, Kosten etc. Bei der KI gibt es ja heute genügend Möglichkeiten, oder die kommen, sage ich mal, dass Standardaufgaben zum Beispiel auch in Büro und Verwaltungen vereinfacht werden und im besten Fall automatisch laufen. Da kommt aber jetzt auch eine Herausforderung in vielen Handwerksbetrieben, dafür brauche ich konsistente Daten. In der Regel kenne ich die Handwerksbetriebe so, dass konsistente Daten fehlen. Also man müsste dann noch dafür sorgen, dass Daten auch wirklich dann verarbeitbar sind und dass es auch eine KI nach deren Logik auch auslesen und daraus Schlüsse ziehen kann, die dann mir meine Arbeit vereinfachen. Sei es standardisierte Anfragen, also wenn Anfragen reinkommen, ist die KI in der Lage, wirklich dann auch zu bewerten, wie werthaltig sind diese Anfragen. Mache ich mir als Unternehmer den Gedanken, wirklich schreibe ich dem jetzt ein Angebot, rufe ich den an. Es gibt KIs, die das rausfinden, die dann sagen, nee, den brauchst du gar nicht anschreiben. Und da wird es hinlaufen, Dinge zu haben, die uns eben, ich sage mal, von monotonen Arbeiten befreien. Ihr seid ja alle drei Unternehmer und ich würde gerne diese Perspektive jetzt für die nächste Frage mal einnehmen, weil das Thema ist ja auch, wie müssen sich Unternehmen oder Unternehmer, Unternehmerinnen weiterentwickeln, um zukunftsfähig zu bleiben. Und da würde ich jetzt gerne mal auf Strategien zu sprechen kommen, also die Unternehmen entwickeln sollten, um sich schneller auf sich unerwartet und rasant veränderte Marktbedingungen oder technologische Entwicklungen, wie beispielsweise künstliche Intelligenz, darauf reagieren zu können. Also welche Strategie brauche ich, um da bestmöglich reagieren zu können? Also aus meiner Sicht sollte ich drauf schauen, dass ich erstmal offen mit Augen und Ohren bin und schaue, was ich draußen im Markt tut, was ich in der Technologie tut, was ich in meinem Gewerk tut. Und ich bin der festen Überzeugung, dass digitale Abläufe im Unternehmen ganz viele Vorteile für den Unternehmer und die Mitarbeiter bringen. Das heißt, für mich ist ein wichtiger Indikator, ob ein Unternehmen zukunftsfähig ist, dass er wirklich auch mit einem digitalen Mindset arbeitet und seine Mitarbeiter entsprechend einbindet und dafür dann auch sorgt, dass ein Unternehmen zukunftsfähig wird oder zukunftsfähig bleibt. Weil ich habe heute so viele tolle Möglichkeiten mit digitalen, ob das Software ist oder ob das auf der Baustelle ist, so viele Möglichkeiten, meine Unternehmen effizienter zu gestalten, dass das entsprechend viele Vorteile in sich birgt. Und ich bin bei vielen Unternehmen, da heißt es dann, boah, läuft doch. Ja, natürlich läuft es. Es begegnen mir immer wieder, mein Laden läuft doch. Dann komme halt ich und sage, er könnte aber 20, 30 Prozent besser laufen, was dir entweder zum Beispiel eine höhere Umsatzrendite bringt, was dir möglicherweise bietet, mehr Aufträge mit der bestehenden Mannschaft auszuführen. Oder aber auch, das darf man nicht vergessen, die junge Generation drängt nach und die junge Generation hat mit Sicherheit keine Lust mit irgendwelchen Rapportzetteln und Auftragsmappen durch die Gegend zu laufen. Das wird euch kurz oder lang beschäftigen. Und deswegen auch jetzt an der Stelle mein Appell, stellt euch da drauf ein und macht eure Unternehmen zukunftsfähig. Ja, ich habe da so eine Ergänzung. Es gibt ja diesen Spruch, never change a running system. Oder warum soll ich was ändern, was erfolgreich ist, aber die erfolgreichsten Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen denken nicht so. Wenn ich möchte, dass mein Unternehmen über solide hinausgeht, dass es ein Wachstum gibt, das über solide hinausgeht, dann muss ich offen sein. Das ist das, was der Heiko jetzt gerade angesprochen hat. Der Heiko hat gesagt, ich muss offen sein, ich brauche ein digitales Mindset. Aber wenn man mal in die Psychologie von uns Menschen mal reinschaut und mal schaut, wer wir so sind, dann sind wir Gewohnheitswesen. Das heißt, wir mögen ungewohnte Dinge nicht. Wir mögen unbekannte Dinge nicht. Und deswegen bewegen wir uns in diese Bereiche nicht hinein. Und wirklich super erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer tun aber genau das und die tun das bewusst. Und zwar immer wieder. Das heißt also, die durchbrechen immer wieder gewohnte Bahnen und bewegen sich in neue Felder, in neue Dinge rein. Und dadurch bleiben die agil im Kopf. Also es ist ja nicht damit getan, jetzt zu sagen, jetzt hole ich mir ein offenes Mindset. Das ist nicht eine Entscheidung und dann habe ich das. Klar, ich muss die Entscheidung treffen, dass ich mir das jetzt aneigne, aber es ist eine Fähigkeit. Das heißt also, mich auf neue Dinge einzulassen, neue Dinge zu lernen, hier offen zu sein, das ist etwas, was ich üben kann. Und ich glaube, so etwas ist ganz, ganz unfassbar wichtig für Unternehmer als eine Fähigkeit, die ich lernen kann. Kodak hat zur damaligen Zeit, die hatten einen super guten Ingenieur bei sich im Unternehmen und der hat die Digitalkamera erfunden. Das war so ein großer Kasten, hier in den 60ern oder 70ern war das. Und dann hat Kodak gesagt, nein, das ist für uns nicht relevant, für unseren Markt, weil sie verschlossen waren im Kopf dafür. Das hat dem Unternehmen das Genick gebrochen, diese Entscheidung, 20 Jahre später, weil die Digitalkamera wurde sehr relevant. Und der Ingenieur, der die erfunden hat, hat sie woanders hin verkauft. Und deswegen, ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die Unternehmer trainieren müssen, um auch in Zukunft, in fünf oder zehn Jahren noch agil zu sein im Kopf. Agilität, ja? Ich würde sogar, ich würde da ergänzen, also ich kann eigentlich alles bisher und muss genauso unterschreiben, ich würde ergänzen, dass ich glaube, besonders auf künstliche Intelligenz bezogen so ein bisschen so ein Missverständnis besteht, weil dieser Begriff künstliche Intelligenz, das hat so einen ganz reißerischen Namen und das Wort Intelligenz, das schwebt so über allem und man denkt, oh mein Gott, was kommt da jetzt? Und man hat irgendwelche Filme gesehen und denkt, jetzt geht die Welt unter. Aber so ist es ja gar nicht, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was künstliche Intelligenz eigentlich ist und ganz einfach beschrieben, wenn man früher einen Algorithmus hatte, der gesagt hat, das ist ein Hund, das ist eine Katze und wenn du eine lange Schnauze siehst, dann ist es ein Hund und wenn du die schmalen Augen siehst, dann ist es eine Katze. Also man gibt einen Algorithmus, der eine Regel vorgibt, wenn es so aussieht, dann ist es das und eine künstliche Intelligenz dreht das Ganze eigentlich nur um. Sie sagt, man nimmt ein Bild von einem Hund und von einer Katze und man gibt das Ergebnis vor und man sagt, so sieht ein Hund aus und so sieht eine Katze aus und jetzt erlernst du mir selbstständig diese Regel dazu. Ich gebe dir keine Regel mehr vor, sondern du musst die Regel erarbeiten. Und das ist eigentlich ganz einfach gesagt alles, was eine künstliche Intelligenz kann. Mehr auch nicht. Das heißt, es kann sich sehr gut diese Regeln erarbeiten und dann auf neue Dinge anwenden und wenn man das versteht und weiß, okay, viel mehr ist es eigentlich nicht und auch JGPT versteht eigentlich nicht, was es sagt, sondern es ist nur sehr gut darin, das nächste Wort zu prognostizieren. Es wird sehr technisch, aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, ich glaube, man kann diese Offenheit, die du angesprochen hast, erlangen, indem man sich ein bisschen damit beschäftigt, indem man diese Angst davor auch abbaut, indem wir Gespräche darüber führen, was bedeutet künstliche Intelligenz überhaupt. Vielleicht haben wir es auch falsch benannt, vielleicht können wir es einfacher benennen und das ist eigentlich nicht nur für Wachstum, sondern wenn wir auch auf den Fachkräftemangel schauen. Wenn wir sagen, in Zukunft werden wir weniger Leute haben, die die Jobs machen, dann geht es nicht nur darum, ein Wachstensunternehmen zu gestalten, sondern vielleicht muss ich in Zukunft meinen Betrieb leider auch mit weniger Leuten, aber genauso effizient oder höher effizient und genauso effektiv gestalten, wie er heute ist. Und dann wird es unumgänglich sein, solche Technologien zu nutzen. Davon bin ich überzeugt. Gehört nicht auch zur Strategie dazu, für mich als Unternehmer, als Unternehmen, mich noch besser zu vernetzen vielleicht, als ich es bisher gemacht habe? Was glaubt ihr, welche Bedeutung haben Unternehmens- oder Branchennetzwerke und Kooperationen in einer digitalen, sich rasch verändernden Geschäftswelt? Also ich finde es extrem wichtig. Ich sage mal, viele Hände, schnelles Ende. Es ist ein analoger Spruch aus der analogen Welt, aber letztendlich, wenn ich mich mit anderen zusammenschließe, dann schließen sich quasi Hirne zusammen. Das heißt, eigentlich wird mein Hirn, wenn wir hier zehn Leute sind, wir sprechen über die Digitalisierung, wir werden unterschiedliche Erfahrungen haben, wir werden unterschiedliche Angänge haben. Das heißt, ich würde auch von euch profitieren, indem ihr Dinge gelöst habt, wo ich es vielleicht gar nicht so gesehen habe. Also das heißt, Community oder Netzwerken ist immer von Vorteil. Und klar, die Menschen müssen sich einander vertrauen und man muss sich mögen. Alles gut, das sind die menschlichen Komponenten. Aber wenn es dem Zweck dient, mein Unternehmen weiterzubringen, ich kenne viele Unternehmer-Netzwerke, das ist einfach, das ist oft ein Genuss, wenn man da mal rein darf in diverse Airfahrgruppen etc. Also ich kann jeden nur ermuntern, sich mit anderen Unternehmern zu verbinden. Ja, also ich stimme Heiko vollkommen zu, deswegen gibt es auch Airfahrgruppen im Handwerk, wo verschiedene Handwerksbetriebe zusammenkommen und Erfahrungen austauschen miteinander. Weil manchmal ist es gut, einen Fachmann da zu haben, aber wenn ein Handwerker durch das durchgegangen ist, wo der Fachmann ihm ein Rad dazu gegeben hat, dann ist es nochmal eine ganz andere Qualität von Wissen, weil es ist durch Erfahrung gewachsenes Wissen. Und solches durch Erfahrung gewachsenes Wissen, das können Netzwerke vermitteln. Und ich glaube, diese Netzwerke werden in Zukunft immer wichtiger, auch unter dem Aspekt, dass es, glaube ich, immer wichtiger wird, dass das Handwerk sich zusammenschließt als solches. Denn wir haben ein Wachstum der Konzerne, wir haben eine Bildung von großen Konglomeraten, auch in Handwerksbetrieben. Es gibt immer mehr große Handwerksbetriebe, konzernartige Handwerksbetriebe. Und das ist aus meiner Sicht keine gesunde Entwicklung. Denn je mehr große es gibt, desto mehr gehen die Kleinen unter diesem Rad dann auch verloren. Und das ist keine gesunde Entwicklung aus meiner Sicht. Deswegen brauchen wir starke Netzwerke von Handwerksbetrieben untereinander, die hier einen Gegenpol dazu bilden. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, so ein bisschen, was für Kompetenzen ich als Führungskraft haben soll, damit ich in der komplexen und dynamischen Geschäftswelt bestehen kann. Lasst uns doch mal einen Schritt weiter gehen und auf die Mitarbeiter schauen. Wie kann ich im Unternehmen sicherstellen, dass meine Mitarbeiter über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um die digitale Transformation ganz aktiv mitzugestalten? Ich sage jetzt ein abgedroschener Satz, den hören wir auch von der Politik. Ich muss die Mitarbeiter mitnehmen. Was heißt denn das konkret? Wenn ich als Chef der Meinung bin, ich mache jetzt ein Beispiel, ich habe zehn Gärtner draußen und habe vielleicht auch Teams und ich möchte jetzt, dass sie digital arbeiten, klar, ich brauche ein Tablet, ich brauche Software drauf. Ich habe in einem anderen Gewerk, das schon erlebt, dass der Chef zu mir sagte, oh Herr Fischer, wir wollen den mobilen Monteur einführen. Ich habe zehn Tablets gekauft. Naja, und dann? Ja, ich habe sie meinen Mitarbeitern gegeben und habe ihnen eine Stunde erklärt, wie es funktioniert. Dann frage ich, ja und, hat es funktioniert? Zwei Wochen später waren die Tablets im Keller. Ja, so, also wenn ich mir die Mühe mache und erkläre meinen Leuten eine Stunde lang, wie sie mit Tablets und Software umgehen sollen, dann sage ich, setzen sechs. Das geht einfach nicht. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie sind die getaktet? Sind da digitale Verweigerer dabei? Sind da welche dabei, die vielleicht die Sprache nicht so gut sprechen? Ich muss Schulungen machen, ich muss sie möglicherweise draußen begleiten, wie sie mit dem Tablet arbeiten. Sonst bekomme ich nicht das Ergebnis raus, das ich möchte und dann wird das Projekt scheitern. Ich würde auch eigentlich genau das Gleiche unterstützen. Also wir sehen das, ich kann es an unserem Beispiel sagen, also wir sehen das in unserer tagtäglichen Arbeit, dass wir bei den Kunden am besten ankommen, wo seit Tag eins eigentlich die Mitarbeiter, die dann auch wirklich unsere Reinigungsmaschine, die autonome Reinigungsmaschine auch einsetzen, wirklich abgeholt sind, im Entscheidungsprozess auch beteiligt sind und auch früh Bedenken abgebaut wurden. Und ja, spätestens in der Schulung, wenn wir dann reinkommen, dann klar kommt noch das ein oder andere skeptische Gesicht in den Raum, das sagt, ach, was will ich denn jetzt eigentlich hier und was soll denn hier diese Maschine, was ist denn das für ein Ding, aber spätestens werden wir dann auch erklären, wie einfach es ist, das Gerät zu bedienen und auch der Mehrwert klar wird, dass es eben auch um Entlastung geht, um Unterstützung, um auch Motivation und Spaß an der Arbeit. Also es macht ja auch Spaß, wenn die Arbeit nicht mehr so repetitiv ist und wenn sie leichter wird und wenn sie angenehmer wird und wenn diese Dinge klar werden und die werden eben klar, da stimme ich dir jetzt 100 Prozent zu, also die werden erst klar, wenn man die Leute abholt. Man kann nicht einfach sagen, so, ich habe jetzt diese neue Maschine gekauft und ich habe jetzt dieses Tablet gekauft, nutze es doch mal, so funktioniert das nicht. Also wir sehen das auch immer, wir sind immer darauf bedacht, sehr früh alle Anwender auch mit in den Entscheidungsprozess zu nehmen, weil am Ende ist es für uns als Hersteller unsere Verantwortung, dass wir Technologien auf den Markt bringen, die einfach sind für die Leute, die sie nutzen und nicht umgekehrt, dass die Leute sich unserer Technologie anpassen, weil dann haben wir etwas entwickelt, das keiner braucht. Ich war gestern, also ich bin auch relativ stark im holzverarbeitenden Gewerk unterwegs und ich war gestern bei HOMAG, das ist ja der Weltmarktführer im Holzbearbeitungsmaschinenbereich und die stellen also sehr große Vierachs-Fünffachs-CNC-Fräsen, die sehr, sehr komplex sind in der Einarbeitung. Also da braucht ein Mitarbeiter ein halbes Jahr, Jahr, um in dieses Thema eingearbeitet zu werden. Und wenn das keinen Spaß macht, ja, also ich sage mal, wenn mir das als Mitarbeiter keinen Spaß macht, mich in dieses Thema einzuarbeiten, dann funktioniere ich nicht. Das ist auch ganz normale Lernpsychologie. Das haben unsere Schulen heutzutage, die meisten von denen, noch nicht verstanden. Das Lernen Spaß machen muss. Lernen ist nicht irgendwas, was man tun muss, sonst setzen sechs. Sondern Lernen ist was, was mich begeistern muss. Das muss meine Neugier ansprechen. Wir Menschen sind Lernmaschinen von Geburt an, aber es wird kaputt gemacht, weil wir keinen Spaß mehr beim Lernen haben dürfen. Und das ist mein Appell an dieser Stelle, dass die Chefs und die Chefinnen im Handwerk eine Lernumgebung schaffen, wo es den Mitarbeitern Spaß macht, neue Dinge zu lernen. Wo es den Mitarbeitern Spaß macht, mit neuen Maschinen, mit neuen digitalen Prozessen umzugehen. Und dann muss ich natürlich als Chef eine Sache tun. Ich muss das selber vormachen. Ja, ich habe den Mathelehrer bei mir in der 12. Klasse geliebt, der ganz einfach für sein Thema Mathematik gebrannt hat. Weil der hat nämlich die Schüler begeistern können. Also Begeisterung fürs Lernen und fürs Neue, ich glaube, das brauchen wir in den Unternehmen. Also ist der Key sozusagen für eine, damit, dass ich im Unternehmen zukunftsfähig sein kann, das Stichwort lebenslanges Lernen. Ist es das? Das ist es? Ja? Ist es auch das, was du gerade beschrieben hast? Ja, absolut. Wir Menschen sind Lernmaschinen. Das ist kein Witz. Wir, also ich sage es mal so, Lernen funktioniert durch eine Vernetzung von Informationen. Das heißt, dieses Ding, ich bin jetzt alt und meinem alten Hund kann man keine Tricks mehr beibringen, das ist völliger Blödsinn, weil unser Gehirn ist eine unfassbare Lernmaschine. Ja, wenn ich verstehe, wie agil das auch noch im Alter ist, das ist unfassbar. Ja, weil je mehr Informationen ich da drin habe, desto besser kann ich neue Informationen mit den bestehenden Informationen nutzen. Es sei denn, ich blockiere mich selbst, indem ich glaube, ich bin jetzt zu alt, ich kann jetzt nichts mehr lernen. So, aber von dem her, lebenslanges Lernen ist was, was Spaß macht. Das ist keine Belastung. Lass uns noch ein bisschen, Heiko, wolltest du noch was ergänzen? Ansonsten lasst uns gerne noch einmal über das Unternehmen im Kontext von Gesellschaft und Umwelt sprechen. Welche Entscheidungen oder welche Auswirkungen haben denn meine Entscheidungen als Unternehmer auf die Gesellschaft und die Umwelt? Wie können wir als Unternehmen oder wie können Unternehmen generell eine positive Unternehmenskultur fördern, die auf Werten wie Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung basiert? Also ich glaube, erstens ist es eine sehr große Frage und eine sehr allgemeine Frage, aber ich glaube, um da eine passende große Antwort zu geben, die Verantwortung ist da enorm. Also ich glaube, als Unternehmer, besonders wenn man ein wachsendes Unternehmen gestaltet, hat man auf allen Ebenen. Also wir sehen es bei uns, wir haben bei unseren Mitarbeitenden, wir haben bei unseren Kunden, wir haben aber auch mit, wir haben autonome Reinigungsmaschinen, die wir im öffentlichen Raum einsetzen, wir haben einen sehr direkten Einfluss auf die Umwelt und auf unbeteiligte Bürgerinnen und Bürger. Also ich kann jetzt nur für unser Unternehmen sprechen, dass wir da sehr bedacht darauf sind, was wir eigentlich mit unserem Geschäft da so machen und welche Auswirkungen es auch darauf hat. Und deswegen ist bei uns auch Nachhaltigkeit in allen Bereichen, also im ökologischen, aber auch im ökonomischen Sinne einfach ein wichtiger treibender Faktor, dass wir schauen, dass wir Entscheidungen treffen, die wirtschaftlich sinnvoll sind und die auch unserem Mantra entsprechen, dass wir sagen, wir möchten eine Technologie aufbauen, wir möchten Lösungen bieten, die insgesamt einen positiven Impact haben. Also sei es jetzt, dass wir offensichtlich die Umwelt ein bisschen sauberer hinterlassen, aber sei es auch, dass wir dem Fachkräftemangel etwas entgegenwirken und Unterstützung und Entlastung für Mitarbeitende bieten. Zunächst einmal muss das natürlich in unser Leitbild als Unternehmen überhaupt erstmal einfließen. Das heißt, ich muss das Thema Nachhaltigkeit mir zu einem Ziel setzen und muss das auch irgendwo hinschreiben. Und dann, wenn man es aber irgendwo hingeschrieben hat und sich vielleicht sogar das Leitbild an die Wand hängt, dann ist es mit Sicherheit noch viel wichtiger, dass ich das lebe. Weil wenn ich das nicht lebe, die Ersten, die es merken, sind meine Mitarbeiter. Und wenn die an diesem Leitbild vorbeilaufen, sich das Leitbild anschauen und dann sagen, ah, alles klar, dann habe ich schon verloren. Also ich muss mir so ein Ziel, das ich mir setze, dann auch authentisch vorleben und dann auch mir überlegen, okay, wie leben wir das denn als gesamtes Unternehmen. Und dann funktioniert das meistens auch. Ich würde gegen Ende mit euch gerne nochmal über die Risiken sprechen für mich als Unternehmer, als Unternehmen, die die digitale Transformation vielleicht mit sich bringt. Was sind das vielleicht für Risiken und wie kann ich die als Unternehmer minimieren? Ich sage mal, das ganze Leben ist ein Risiko. Und als Unternehmer habe ich natürlich immer Risiken, wenn ich Entscheidungen treffe. Beim Thema Digitalisierung gibt es natürlich Risiken, wenn ich ohne Plan losrenne und ich sage mal, irgendwelche Silos aufbaue und digitale Sackgassen renne. Ich mache App 1, Software 2 und Normal 3 und 4 dazu, dass ich dann keine konsistenten Daten habe etc. Also faktisch, ich muss mir halt immer wieder Gedanken, neue Gedanken machen und ich finde halt egal, wenn ich was Neues mache, dann sollte ich mir einen Plan dafür machen. Ich sollte mir den vorher entwickeln. Wenn ich der Meinung bin, ich weiß nicht alles, dann hole ich mir Know-how von außen dazu. Insbesondere beim Thema Digitalisierung, ich erlebe das bei vielen unserer Kunden. Die dann sagen, helft uns bitte. Und wenn wir dann über den Preis sprechen, dann heißt es, oh ihr seid aber teuer. Dann entgegne ich halt, wenn das Know-how, das wir reinbringen, das kannst du dir selber gar nicht erarbeiten. Also ich sage mal, vertraut auf Experten, sucht euch welche, wenn ihr in Bereichen unterwegs seid, wo ihr selber nicht so firm seid. Also ich käme auch nicht auf die Idee, einen 300 Quadratmeter Garten zu bauen, weil ich von Gartenbau keine Ahnung habe. Und mir das Wissen anzueignen, ja, da gibt es bestimmt Leute, die eine Ausbildung machen oder sogar studieren. Also würde ich mir einen Experten dafür holen. Und das ist beim Thema Digitalisierung, das erlebe ich bei ganz vielen Unternehmen. Wenn man frühzeitig jemanden dazu geholt hätte, dann wäre vieles besser und anders gelaufen. Und es gibt ganz wenige Unternehmer, die wirklich in der Lage sind, also wirklich ihren eigenen digitalen Plan selber zu schreiben, zu entwickeln und den auch umzusetzen. Ja, ich glaube, kalkuliertes Risiko ist ganz wichtig. Und dazu muss ich mir Informationen erarbeiten. Wenn ich eine Entscheidung treffe, wo mir verschiedene Informationen als Grundlage fehlen, weil mein Wissen in dem Bereich nicht gut genug ist, dann ist es kein gesundes Risiko. So etwas sollte ich niemals tun als Unternehmer. Nichts geht ohne Risiko, wie der Heiko das schon gesagt hat. Aber dann muss ich mir eben Wege erarbeiten, wie ich mir dieses Wissen aneigne, um entscheiden zu können, ist es dieses Risiko wert oder ist es dieses Risiko nicht wert. Ich glaube, hier sich Werkzeuge zurechtzulegen, die mir dabei helfen, bei dieser Entscheidung, und dabei mir das Wissen anzueignen, ist sehr wichtig. Ich habe noch eine schöne Schlussfrage für euch. Ich meine, wir haben gerade ein paar Sachen schon gehört. Was ist als Unternehmer wichtig, damit ich quasi gewährleisten kann, dass ich und mein Unternehmen in die digitale Zukunft, dass ich da sicher auf dem Weg bin. Welche eigentlich, also lebenslanges Lernen war eine Sache, Heiko, was du mehrmals gesagt hast, dann noch dieses sich immer wieder in die Schmerzzone begeben, also raus aus der gewohnten Zone. Vielleicht kann das jeder von euch nochmal so als Schlussappell mit in die Runde geben und mit an alle Zuschauer dann draußen, die das im Nachhinein nochmal schauen. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten zeichnen erfolgreiche Unternehmer, Unternehmerinnen in der digitalen Ära aus? Was brauche ich dafür? Also, wir sind ein Start-up. Das heißt, wir kommen, glaube ich, aus einem Umfeld, wo es auch viele Unternehmen oder Gründer versuchen und auch einige davon scheitern. Und ich glaube, was man oft sieht ist, beziehungsweise man spricht dann oft über die Unternehmen, die es dann irgendwie geschafft haben und die dann auch diese digitale Transformation vorantreiben oder die dann neue Technologien auf den Markt bringen und so weiter und so fort. Und das wird halt eben oft auch vergessen, wie viele es nicht schaffen auf dem Weg. Das klingt jetzt negativ, aber ich glaube, die Message, die ich da mitgeben will, ist, dass Resilienz enorm wichtig ist. Also, ich merke das selbst auch in meinem Beruf, dass im Nachhinein wirkt der Weg, den man gegangen ist, auf einen oder auch auf Externe natürlich sehr logisch und auch vielleicht sogar bewundernswert. Und nur man selbst weiß oft, welche Herausforderungen auch damit gekommen sind. Und da sind wir eben auch beim Thema kalkuliertes Risiko, aber auch auf die aktuelle Situation bezogen. Ein gewisses Durchhaltevermögen, ein gewisses Vertrauen auf das eigene Bauchgefühl, das sind Dinge, die waren relevant und die werden auch relevant bleiben. Also, bei aller digitale Transformation ist es, glaube ich, so ein bisschen so ein Gespür dafür haben, was gute Entscheidungen sind und was nicht. Da darf man sich schon auf sein Bauchgefühl verlassen und sich nicht unterkriegen lassen, wenn man mal auch aufs falsche Pferd setzt. Also, ich meine, Resilienz ist am Ende, glaube ich, das A und O, zumindest für mich. Offen, mutig, planen, machen. Und Recherchefähigkeit. Das Internet ist eine unfassbar riesige Welt, wo ich mir Informationen jeder Art heute auf unglaublich einfache Art und Weise selbst besorgen kann. Einfach mal anfangen, sich Videos zu bestimmten Themen anzuschauen. Einfach mal anschauen, auf gewissen Seiten zu recherchieren, Beiträge sich anzuschauen. Sich weiterbilden, Wege finden, wo ich mir konkretes Wissen zu bestimmten Bereichen zusammensammle, um als Unternehmer einfach entscheidungsfähig zu sein. Also, diese Fähigkeit, mir Wissen anzueignen und Wissen, wo ich dieses Wissen herkriege, ich glaube, das ist auch eine weitere entscheidende Fähigkeit. Gibt es Fragen noch aus der Runde? Ansonsten, danke schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart, dass Sie bis zum Schluss dabei waren. Ich sage auch, danke an euch. Wie müssen sich Unternehmerinnen und Unternehmer weiterentwickeln, um zukunftsfähig zu bleiben? Und ich glaube, da haben wir jetzt so ein bisschen eine Idee davon, wie das sein sollte. Haben wir ganz viel mitgenommen. Ich sage vielen Dank, Bilal Tarek, Heiko Fischer und Klaus Tessmann. Das war unsere Schlussrunde, hier an Tag 2 am Forum Digitalisierung praktisch gestalten. Ich freue mich auf ein Feierabendbier mit euch und auf den neuen Tag, morgen ab 10.30 Uhr. Das war es von uns für heute. Vielen Dank an alle und bis morgen. Tschüss.